hallo willkommen zurück zu einem neuen video diesmal möchte ich eine etagere gießen und ich habe mir hierfür die oriental form von modes and shapes herausgesucht einmal die s größe und einmal die m größe ich verwende hier in mein harz das ocean white das ist eine pigment paste von let's resin ich habe das ich habe die letzten schon bei der blume ausprobiert das funktionierte ganz gut und ich habe gedacht jetzt probiere ich das ganze auch mal aus was passiert beim web effekt also ich möchte hier den die etagere in einem web effekt gießen in weiß also will das relativ einfach gestalten und ich mix mir hier mein weiß halt in das ultra cast harz hinein das ultra cast ist ja ein mittel viskoses harz hat eine relativ lange verarbeitungszeit und ich mix mir hier mein weiß so bis ich das habe wie ich es gerne hätte also ungefähr so wie bei den 3d blumen halt nicht ganz so stark aber auch nicht zu schwach so dass man immer noch so ein bisschen den spatel sieht und ja zu meinem weiß gebe ich dann auch noch das chameleon pigment von der tressen das ist das olive das finde ich momentan so mit am schönsten das gefällt mir so mit diesem tollen schönen grünlichen stich und das gebe ich halt in mein weiß hinein verrührt das richtig gut ja und dann bin ich jetzt gerade mit dem licht so ein bisschen zugange ja manchmal ist das nicht so einfach mit den lichtverhältnissen ich vermenge mir hier nochmal oder verrühre hier nochmal mein weiß mix ziemlich gut ja und dann fiel mir ein irgendwie fehlt mir doch noch was also das seht ihr gleich dann muss ich mir noch mein sturmfeuerzeug suchen deswegen dauert das noch einen kleinen moment bis ich anfange zu gießen ja das ist manchmal so also die ganzen produkte die ich verwende die verlinke ich natürlich auch in meine beschreibungsbox modes and shapes mit dem rabattcode ultra cast mit dem rabattcode von etta art und ich verlinke auch let's resin so und ich gebe jetzt hier mein weiß in die form hinein gieße das ganze am rand ich habe diesmal kein klares harz als basis genommen weil ich am rand keinen crackle effekt haben wollte ich wollte einfach so ein bisschen blockfarbe in weiß haben und dass sich dann so der web effekt so in die mitte zieht gieße das ganze jetzt auf mit meinem klaren harz seht zu dass ich es aber nicht ganz voll dass ich meine form noch nicht ganz voll macht weil ich ja auch noch so ein bisschen weiß jetzt noch mal drüber gebe am rand da seht ihr das und ziehe da so ein bisschen meine kreise das könnt ihr dann auch beliebig machen wie ihr wollt nur ich finde immer je mehr man dann doch noch an an pigment an farbe hat umso mehr kann natürlich auch in die mitte ziehen das gleiche mache ich jetzt mit der kleinen form versuche da auch relativ gleichzeitig gleichmäßig zu gießen das video ist übrigens auch ein bisschen schneller gemacht ansonsten wird das zu lange dauern bis ich da meine kreise gezogen habe ja ihr seht ja was ich im prinzip mache für jetzt meine form wieder auf seht so dass ich mir das weiß so ziemlich an rand pushe und dann nehme ich wieder das weiß und gieße noch mal meine kreise auf mein weiß seht ihr da versucht das in einem relativ dünnen strahl zu machen also halt nicht zu dick und dann nehme ich das sturmfeuer zeug jeder vorsichtig über die form ja da war noch was in der mitte wenn ihr da das potting tool verwendet bitte immer vorsichtig sein dass sie euch die form nicht zerkratzt also immer ganz vorsichtig auch wenn modes und shapes formen wirklich sehr hochwertig sind trotzdem besteht die gefahr dass ihr die zerkratzt wenn ihr da zu doll mit dem dotting tool oder irgendwelchen anderen dingen versucht die bläschen zu entfernen so jetzt suche ich mir noch was für meine mitte zusammen und zwar habe ich mir dann so mix gemacht aus ein paar glas steinchen anderen steinchen einfach das was mir gerade so in den sinn kam also da könnt ihr gucken was ihr meint was am besten passt das gibt ihr einfach in die mitte hinein um dann noch so ein bisschen effekt zu haben was ich schon mal vorab sagen kann ich habe da wohl nicht ganz so die mitte getroffen manchmal hat man nicht so ein gutes auge aber wie sage ich immer so schön es ist alles handarbeit es ist ist nicht maschinell und dann passieren solche sachen ich persönlich finde das nicht tragisch so jetzt verteile ich mir halt hier mein glitter mix dann werde ich dann noch mal etwas weiß nehmen am rand entlang gehen und dann zeige ich euch gleich noch eine kleine time lapse mit dem drauf und dann schreit die Leute so die couple die Und ihr seht, wie sich das Haar so richtig schön in die Mitte zieht. Hat auch sehr schöne Effekte auf der Gießseite, gefällt mir sehr gut. So, und das sind jetzt 24 Stunden später. Ich kann in Formen und ist alles schon sehr fest. Ich habe auch extra so lange gewartet, weil ich will nicht, dass da auf der Unterseite noch irgendwelche Abdrücke sind. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die Effekte. Und schaut mal, ich finde die richtig niedlich, weil gerade diese S-Form, das hat eine so schöne Größe. Und ich finde das mit diesen kleinen Pünktchen und mit dem Web-Effekt, also mir gefällt das sehr gut. Auch die Mitte gefällt mir sehr gut. Doch, also, sieht aus wie so eine Blume irgendwie. Doch, also, ich bin mit dem ersten Stück zufrieden. Jetzt bin ich mal auf die M-Größe gespannt. Da hat das Haarzt natürlich einen weiteren Weg, dass es in die Mitte ziehen kann. Deswegen wird da der Effekt noch ein kleines bisschen anders sein. Von daher bin ich hier auch gespannt. Und schaut mal. Ist das nicht schön? Also, ich finde das so faszinierend, ja, wie praktisch diese Linien, weiß gar nicht, wie man das nennt. Wie sich das halt so in die Mitte zieht, wie der Web-Effekt entsteht, ist sehr, sehr schön. Und das hat wirklich was Blumenhaftes an sich. Und die Form, die Oriental-Form ist da wirklich genial und sehr, sehr gut geeignet. Gefällt mir sehr gut. So, mein Freund, der hat dann noch Löcher in die Mitte gebohrt. Ich habe dann noch die Hardware angebracht für die Etagere und ich habe die Ränder noch mit Gold versehen. Da seht ihr, dass die Steinchen nicht ganz in der Mitte sind, aber wie gesagt, es ist Handarbeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich bin mal gespannt, was ihr sagen werdet. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Video. Passt auf euch auf, eure Petra. Tschüss.